Hallihallo und herzlich Willkommen zurück bei System Shock 2. Ich bin Don Baume, nach wie vor. Und wir stehen immer noch im Kontrollraum vom Hauptreaktor, vom Nuklear gedöhnt. Wir hacken jetzt erstmal hier das Sicherheitsterminal. Und dann gucken wir mal. Eigentlich müssen wir das gar nicht hacken, aber ich bin einfach so gut darin, dass ich es gerade erstmal überhaupt nicht hinkriege und dann beim zweiten Mal auch nicht. Jetzt auch. Das Hacken ist schon irgendwie teurer geworden, aber es ist auch irgendwie verdammt random. So, ich fahre erstmal nach oben. Wir gucken, ob wir irgendwie einen Weg finden, an der Kamera, die da oben erstmal hängt, vorbeizukommen. Dafür war ja gerade der Hack. Und dann ist da so ein Raum. Ich will gucken, ob wir in dem Raum was drin ist, beziehungsweise ob wir die Tür irgendwie aufgeknackt kriegen. Das wäre schon echt scharf. Nee, können wir nicht hacken. Was ist denn das für ein Scheiß? Wozu werden ich denn so viel gehackt, wenn man es dann nicht kann? Ich will da rein. Mist. Habe ich irgendwo einen geheimen Code gefunden? Nee. Das ist jetzt... Das ist jetzt ein bisschen dürf. Da ist bestimmt was Wertvolles drin. Und ich habe so sauwenig Leben. Das ist echt nicht schön. Okay, dann fahren wir jetzt nochmal schnell in den anderen Reaktorraum. Ich habe die Vermutung, dass ich dort eine Tür übersehen habe. Aber ich muss jetzt höllisch aufpassen. Trotz der Rüstung werden mir die neuen Leben nicht lange reichen. Und wir haben nichts, was mich heilt. Leider, leider. Ich habe allerdings ein paar Naniden. Ich kann ja mal hier reinkommen. Grüß dich, meiner. Ich würde dich gerne hacken. Was sagst du dazu? Kann ich mir dann bei dir Medis kaufen? Annäherungsminen gibt es, aber keine Gesundheit. Batschi. Ja, ich bleib wieder hier. Ich bleib wieder hier. Ich bleib wieder hier. Wir fahren runter. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Keine Munition. Wow. Such mal schön. Wenn ich ehrlich bin, bin ich auch gerade auf der Suche nach geilem Scheiß. Und ich glaube, ich habe ihn gefunden. Halleluja. Aha. Oh ja. Oh ja. Was bist du? Psi-Booster-Implantat. Nee, danke du. Das brauche ich überhaupt nicht. Das nimmt nur Inventarplatz weg. Ach, wir haben ja ein automatisches Medikit. Halleluja. Damit sind wir jetzt richtig gut ausgerüstet. Pass auf. Wir holen hier noch ein bisschen die Splitter-Munition rein. Und jetzt können die ganzen Hybriden, Spaß, diesmal voll abschmatzen. Sag ich doch. Oh, Cyber-Module. Geil. 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 Wie habe ich denn den Fahrstuhl gefunden? Das ist ja irre. Hier ist auch noch eine Kugel drin. Die können wir jetzt mal rausnehmen. Und schmeißen wir den Tüller einfach wieder fort. So, hast du noch was Feines? Du hast ja Haufen an Nieten. Nice. Nice. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja... Ist das ein Geschötzturm? Sensor offline. Oh, ja. Noch für anderthalb Minuten. Jetzt aber schnell. Nee, für ganz zwei Minuten noch. Ey. Mit dem, wie du mir, so ich dir. Das hast du nicht verstanden. Das zählt erst, wenn du auf mich schießt. Überall Tri-Optimum-Logos. Der ist halt einfach gespawnt. Munition verbraucht. Ja, und damit hätten wir es dann auch schon wieder. Na. Oh. Nein. Iii. 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 Was bist du denn? Iii. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hast du Titten? Iii. Oh. Iii. Iii. Ich weiß nicht, was du bist. Aber du darfst bestimmt nicht sein. Du darfst bestimmt nicht sein. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Iii. Der ganze Rücken. Iii. Cyborg Midwife Monster. Der Begriff Monster muss unbedingt nochmal hin. Midwife. Pervers. Ich glaube, der hat im Gesicht die ganze Haut abgezogen, wenn ich das richtig gesehen habe. Schade, dass sie auf dem Bauch liegen geblieben ist. What the fuck? Ich werde bekloppt. Standard Munition rein. Aber schnell. Wenn nochmal so eine Midlife Bitch kommt, dann muss ich mich verteidigen. Wo ist die Standard Munition? Ich habe es doch gerade aufgehoben. Da ist sie ja. Oh fucking shit. Oh fucking shit. Leck mich mal am Arsch. Und wo bin ich denn jetzt? Meine Herren. Hat das lange gedauert. Viel zu viel Munition verschwendet. Ach, jetzt verstehe ich, wo wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind wieder hier. Okay. Ach, das war der Aufzug, wo ich sowieso rein wollte. Das ist ja praktisch. Weil jetzt kann ich mir hier noch ein bisschen Leben kaufen. Bitte treffen Sie im Aufzug. Weise, 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 weise. Das ist bei mir ein Blöds-Taten. Ich wollte eigentlich nicht so gackernd lachen. Aber das ist dieses Bekloppte. Wir sind. Wir sind. Ne Quatsch. Dieses Danke. 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 Überwachungssystem aktiv. Ah, das ist mir egal. Ich überlege, ob ich einfach mal mit dem Aufzug nochmal in den zweiten Stock fahre und wir dort erstmal in aller Ruhe leveln gehen. Aber bevor ich das tue, mache ich einen Quick Save. Jawohl, ja. Und dann... Der Fahrstuhl ist da. Der perfekte Fahrstuhl ist da. Ich bin ein glücklicher Baume. Fucking glücklich. Scheiße, Mann. Darf ich mir was raussuchen? Medi-Scheiß. Ja, ja, ja. Medi-Scheiß. Höre ich da was? Nee. Egal, was da ist. Ich will hier rühmen. Genau. Mensch, diese Level-Up-Station hier ist ja auch echt perfekt gelegen. Direkt neben... Also ganz ehrlich, das Level-Design hier in dem Spiel ist wirklich, wirklich gut. Auch der Tunnel gerade eben, wo der uns hingeführt hat, wo ich die ganze Zeit schon rein wollte. Wirklich, wirklich gut. Das mückt, wie der Mediengestalter so sagt. So, scheiß auf Psy-Kräfte. Ich will motherfucking Laser. Laser, Laser, Laser. Wo ist Laser? Da. Zwölf kostet. Ist mir egal. Und Schrot. Schrot? Schrot. Ich hab 25. Warte mal kurz. Kann ich jetzt Laser nehmen? Und modifichieren. Modifichieren. Geht es? Waffe aufgerüstet. Laser, Stufe 1. Geil. Ändern. Was ist ein Ändern? Ändern. Modifizierungstärke 4 benötigt. Ich werde auf jeden Fall eine Menge rummodifizieren. Das kommt bald. Okay. Dann können wir uns ja jetzt von der Pistole verabschieden. Nee, nee. Die behalte ich natürlich noch als Ersatzwaffe. Es sei denn, ich kann mir jetzt gleich nochmal Schrot leisten. Weiß ich nicht. 6 kostet das nächste. Ich mach mal ein Quick Save. Äh, 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 äh. Hier war es. Alt S. Genau. So, dann guck ich nochmal hier drüben. Mussten wir jetzt nochmal was? Nee, nee. Hacken ist... Wollen wir nicht. Modifizieren kostet 5 für die Stufe 2. Wir könnten aber auch mal langsam ein paar Sachen erforschen. Huch! Scheiße, das war für ein Arsch. Moment. Halt. Schnell mal laden. Ja, nee. Da, da, da hab ich mir grad nur ein halbes Medipack reingefiffen. Das ist natürlich Quatsch. Ich wollte nur die Saftflasche trinken. Oh, oder ich mach einfach alles, damit ich dieses blöde Laserding hier benutzen kann. Was brauch ich dafür? Wendigkeit von 3. Waffenenergie von 4. Okay. Wollen wir unsere Wendigkeit erstmal erhöhen? Wer weiß. Vielleicht bringt das ja was. Wendigkeit weniger Selbstschaden und, äh... Wendigkeit von 3. Na, das ist doch schnell gemacht. Jetzt haben wir hier noch 14. Und mit 14... Oh, die müssen wir mal warten. Die ist ja fast kaputt. Können wir auf jeden Fall... Steigert die Wirkung von Strahlenwaffen. Manche Strahlenwaffen erfordern Mindestfähigkeiten. Nein, 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 ich bin nicht zufrieden mit der Wendigkeit, ganz und gar nicht zufrieden mit der Wendigkeit, ich vergiss es, wir, wir lassen das erstmal. Und ich mach Standardstufe 3. Jetzt können wir die Schrot benutzen. Und wir haben noch 11 Module übrig. 11. Hier ist noch ne Coke. 11 Module übrig. Äh, lass mich denken. 11, 11, 11, 11, 13, ähm, schläpp ich überhaupt Batterien mit mir rum? Brauch ich die für irgendwas? Die Rüstung nimmt so verdammt viel Platz weg. Schwere Waffen, Schrot. Lass mal erstmal die Schrot in die Hand nehmen. Mal gucken, wie die sich so anfühlt. Die sieht schon mal aus, als wäre mir ein Metallröhrenarm gewachsen, aber das ist ja nicht schlimm. Das mag ich ja auch irgendwie ein bisschen an dem Spiel. Und wir haben jetzt hier Schrot in der Schrot. Ansonsten hätten wir noch Gewehrmunition. Davon haben wir am meisten. Dann nehme ich das. Ich schätze mal, Schrot ist gut gegen alles, was aus Fleisch besteht. Und, äh, Gewehrmunition haben wir einfach so irre viel, dass ich die jetzt erstmal benutzen kann, bis ich krachen gehe. Das heißt, eigentlich könnten wir die Pistole sogar wegschmeißen. Aber ich nehme erstmal die Strahlenwaffe. Komm, wir nehmen erstmal die Strahlenwaffe, weil, äh, die grad voll aufgeladen ist und weil wir da wahrscheinlich voll selten Muni für finden. Alienwaffen. Ah, interessant. Psi ist mir, ist mir egal. Nein. Den Psi-Zweig lassen wir einfach weg. Zock, das Spiel doch selber, wenn ihr Bock auf Psi-Kräfte habt. Modifizieren ist auch gar nicht teuer. Ich mache erstmal nochmal einen Quick-Safe, bevor ich die nächsten paar Punkte ausgebe. Ich könnte noch einen Punkt in Forschung stecken. Einfach nur, um zu gucken, was das für Dinger sind. Oder ich mache ein bisschen Modifizieren. Modifizieren? Oder Hacken ist sau teuer. Ne, danke. Ähm, Wartung. Stufe 8. Können wir machen. Das wäre natürlich geil. Dann bringt uns das gleich noch viel mehr. Die Wartung. Und wir müssen das Ding hier bald wieder warten. Vielleicht finden die aber irgendwo so ein Reparierding. Die kann man ja auch kaufen. Stimmt. Die kann man ja kaufen. Ich weiß sogar wo. Aber da kommen wir jetzt so schnell nicht hin. Beziehungsweise wir haben nicht genug Naniten dafür. So rum sieht es aus. Schwierig, schwierig, schwierig. Können wir noch einen Punkt in Energie-Waffen stecken? Komm, dann machen wir das mal. Wir haben noch 5. 5, 5, 5. Wir sind, wir sind. Modifizieren auf Stufe 2. Reparieren. Stufe 2. 5, 5, 5, 5. Wendigkeit. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Punkte in Wendigkeit stecken mit der Zeit. Schaden kann es nicht. Ne, tue ich mir nicht so weh, wenn ich von weit oben runterfalle. Jetzt haben wir noch 2. Das, das, das ist, das reicht mir. So, ich speichere jetzt nochmal richtig. Das ist ein guter Punkt, um zu speichern. Medizinwissenschaft. Hatte ich schon lange nicht mehr dort stehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Strahlenwaffe reinhaut. Die verzieht auf jeden Fall null. Das weiß ich ja noch aus dem Tutorial. Ich bin mal gespannt, was die so an Schaden macht. Das konnte man nie so richtig einschätzen. Eigentlich muss die brutal Schaden machen. Ich brauche Beute. Ich höre Beute. Okay, das läuft. Ich müsste eh nochmal fix aufladen. Dann gehen wir nochmal hier runter, wo es so schön laut ist. Ich frage mich auch, wie effektiv die gegen gepanzerte Ziele ist. Ist ja auch nicht schlecht zu wissen. Und das Ding ist auch in der Nähe vom Fahrstuhl. Also hier mit Medi-Level, mit dem Forschungseinrichtungsgedöns, haben wir echt ein gutes Level. Eine gute Etage. Und hier in der Etage, man muss zwar ein ganzes Stück laufen. Aber hier kann man halt auch... Hier kann man halt auch Wartungswerkzeug kaufen. Das ist eigentlich so das, was ich mit am geilsten hier finde. Aber wie gesagt, dazu fehlt es uns an... Na, nehm, wir haben gerade mal 24. Irgendwo kann man auch Sachen recyceln. Aber ich gehe erstmal wieder in den Aufzug und wir folgen der Story. Und wie schnell der da ist, ist es unglaublich. So, wo sind wir hin? Deck 4? Ich gucke mal in meine Notizen. Äh... Kern aktiviert. Pipapo. Gut gemacht. Der Reaktorkern ist jetzt wieder aktiviert. Gehen Sie jetzt zum Aufzug und kommen Sie zu mir auf Deck 4. Inzwischen habe ich einige analytische Artefakte an Bord des Schiffs entdeckt. Ich glaube, diese könnten Ihnen nützen und deshalb habe ich diese Informationen in die Waffen-Upgrade-Einheiten des Schiffs geladen. Diese können die Informationen an Ihr Cyber-Interface weitergeben. Worauf warten Sie denn? Gehen Sie zum Aufzug. Hä, was ist das? Kryo. Ach so, Kryo-Umschulung. Ja, ich weiß jetzt, wo diese Artefakte liegen, aber woher weiß ich denn jetzt, wo die Artefakte liegen? Weiß ich doch gar nicht. Ich war doch an der Waffen-Aufwertungs-Geschichte. Ja, sei es wie es wolle. Das Gameplay wird uns schon noch irgendwann da hinführen. Oh, ich habe jetzt 180 aufgeladen. Das ist ja krass. Ähm... Die laden immer noch nur 120. Gut, okay. Wir fahren zu Deck 4. Fehler. Schacht unzugänglich. Warum? Alter, du... Du hast gesagt, Deck 4 ist der Shit, aber... Willst du mich eigentlich verarschen? Freizeit. Wollen wir mal hoch in die Freizeit fahren? Ich will nicht wissen, was auf einem alien-verseuchten Raumschiff Freizeit bedeutet. Lass es mich nochmal durchlesen. Deck 4. Gut gemacht. Ja, danke. Der Aktor-Kern ist jetzt wieder aktiviert. Gehen Sie jetzt zum Aufzug und kommen Sie zu mir auf Deck 4. Inzwischen habe ich einige analytische Artefakte an Bord des Schiffs entdeckt. Geht nur Deck 3. Ich wusste, dass sowas kommen wird. Es wird gefährlich sein, wenn man sich nur ein paar Stunden hier aufhält. Aber um den Schacht unnutzbar zu machen, müssen Sie das Biomaterial beseitigen. Ich schalte mich in den Hauptdatenstrang ein. Sag mir einfach nur, wo der Flammenwerfer liegt. Sag mir einfach nur, wo der Flammenwerfer liegt. Ich mach den Scheiß. Passt schon. Ich wette, jetzt werden wir vergiftet bis zum Umfallen. Ja, unten war die Strahlung. Die war nur halb so schlimm. Jetzt kommt der ganze Toxin-Gedörper. Es sieht schon mal super aus hier. Ich wette, ich darf es nicht berühren. Lass mich mal kurz schnell speichern. Und dann renne ich mal in den Shit rein. Okay, gut. Also das geht. Schnell speichern gefällt mir. Da kann man einfach mal Sachen ausprobieren. Ups. Okay. Klär uns auf. Dick, ich weiß, dass du diese Nachricht erst nach unserer Rückkehr hältst. Aber ich muss dir sagen, wie unglaublich ich mich fühle. Wir haben es endlich geschafft. Haben den Kontakt hergestellt. Und Maldon und ich wurden ausgewählt, in der Anfangsphase dabei zu sein. Anatoly verlangte aber, dass wir das niemandem auf dem Schiff erzählen. Diese Wesen sind erstaunlich. Sie sind so hilflos. Ich fühle irgendwie den Zwang, sie zu schützen. Es ist eine wunderbare Entdeckung. Den Zwang, sie zu schützen. Das hast du schon richtig erkannt. Das ist ein Zwang. Wahrscheinlich. So ein Gehirnwäsche-Parasit. Kennt ihr das Spiel? Ähm. Wie heißt es? Äh. Äh. Ähm. Oh, mir liegt es auf der Zunge. Ein übelst geiler Seuchensimulator. Plug Ink. Plug Ink. Ja. Gibt es sowohl für Smartphone, aber jetzt seit neuestem auch für Computer, auch auf Steam. Plug Ink. Äh. Wahnsinnig geil. Da kann man so verschiedene... Ziel ist es quasi, mit einem Virus die Menschheit auszurotten. Und man kann sie auch einen Parasiten freispielen, der sich im Prinzip ähnlich verhält, wie das, was wir hier gerade bekämpfen. Und Ziel ist es halt, alle zu infizieren und die so quasi dich anbeten zu lassen durch so gezielte Gehirnwäsche. Deine Augen sind offen, aber nicht... Scheiße. Okay, kabooms nicht! Was für ein Battle. Okay, okay. Ich hole mir nie wieder die Pistole raus. Oh ja, mit der Schrot geht's ab. Okay, ich repariere noch schnell mal die Laser-Piu-Piu. Wir müssen die dringend warten. Wir müssen die dringend warten. Kontrollstation. Okay, da... Wisst ihr was? Da geht's... Da geht's in der nächsten Folge weiter. Ich speichere jetzt... Ui, Verzeihung. Ich speichere jetzt erstmal. Dann ist erstmal genug. Ich gebe jetzt erstmal mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich sitze hier schon seit, glaube ich, fast zwei Stunden. Ey. Aber was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Ich habe jetzt einen Schrot. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wie die... Rapam, Rapam. Das ist ja irre. Und ich habe einen Laser-Piu-Piu. Und jetzt habe ich noch immer meine Notfallpistole. Aber ich überlege sogar, ich werde wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch den Laser-Degen mit mir rumschleppe, werde ich die Pistole vielleicht sogar wegschmeißen, damit ich mehr Platz im Inventory habe. Das Gute ist, dass ich zwei von diesen Implantaten habe, die meine Stärke erhöhen. Damit verliere ich zwar effektiv einen Slot, aber ich gewinne ja quasi drei dazu, dadurch, dass ich eins drin habe. Und gemeinsam hält deren Akku so verdammt lange, dass wenn ich merke, der zweite ist auf der Hälfte, renne ich einfach zum Fahrstuhl, fahre nach unten und lade die dort auf. Wir sind ja jetzt super schnell in der medizinischen Abteilung, haben dort unsere Level-Ups, haben dort unseren Stromgenerator. Und wenn ich irgendwann mal die Naniten zusammen habe, werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Wartungswerkzeuge holen. Und der Granatwerfer liegt da ja noch um... Aber ich glaube, das ist eine schwere Waffe. Den lasse ich dort lieber erstmal liegen, den kann ich nicht benutzen. Da müssen wir erstmal die schweren Waffen aufleveln. Ich glaube, Level 3 hat der gebraucht. Der lag in der Küche, unterm Tresen. Den habe ich zwar angefasst, den habe ich dann aber... Ich habe den danach neu geladen. Das heißt, der liegt jetzt noch immer da. Den habe ich eigentlich nie aufgehoben. Ja, dort wo die Crew ist, ne? Wo jetzt dann die ganzen Äffchen rumrennen. Wo das erste Mal dieses Riesenkontrollzentrum war. Ich bin gespannt, ob wir noch so ein Terminal finden. Es gab ja eins, womit wir quasi unseren Hack-Skill verbessert haben. Dass wir einfach mal plus vier auf alle Sicherheitsanlagen kriegen. Was sehr geil ist. Was das Hacken der Sicherheitsanlagen wirklich sehr leicht macht. Das merkt man schon. Weil die Kisten ist zwar total random, das Hacken. Aber man merkt ja, wie viele Versuche man braucht, bis man es hat. Irgendwann schafft man es immer. Aber wenn man vier Versuche braucht, um so eine Kiste zu öffnen... Bei mir, die Kisten ist auch wieder so eine Sache. Die sollte man beim ersten Versuch öffnen. Nee, warte. Nee, man kann ja immer wieder neu starten. Ach, ich weiß es gerade nicht. Ist egal. Jedenfalls finde ich, wir haben verdammt viele Cyber-Knotenpunkte gekriegt. Wir haben die verdammt gut investiert. Ich weiß, das mit dem Psi ist so ein Aspekt vom Spiel, den ich komplett ausblende. Mach ich aber mit voller Absicht, weil... Kein Bock auf Stecker immer. Nee, kein Bock auf Stecker immer. Geht nicht, nein. Ich will hacken. Keine Cyber-Knoten übrig für Psi. Da muss man irgendwann mal Abstriche machen. Äh, äh... Abstriche sind was anderes. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, wir machen erstmal weiter den Kurs. Ich werde so der Hacker-Waffener werden in diesem Spiel. Will, will, will ganz viel meinen Scheiß modifizieren. Will aber auf jeden Fall, und das hat jetzt oberste Priorität, es sei denn, ich finde was anderes Geiles. Mir den Laser-Degen freispielen. Dann heißt es Adios, Schraubschlüssel und... Hallo, Jedi-Kräfte. Und wer ein Laser-Degen hat, der braucht keinen Psi-Scheiß mehr. Ja, also es reicht, ja. Es gibt ja die Schwertkämpfer-Yedis, und dann gibt es mir so die Macht-Kämpfer-Yedis, und ich bin ja so der Schwertkämpfer. Der Schwertkämpfer mit einer Laser-Pistole und vielleicht noch, vielleicht kommt noch ein modifizierter Raketenwerfer drauf. Ich bin der Baume, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommentar da. Lasst mir, weiß nicht, ja, keine Ahnung, klickt noch mal irgendwas Nettes neben euren Monitor, wenn ihr ein Video von mir guckt. Vielleicht eine kleine Schachtel Schokolade, ihr könnt sie ja dann quasi für mich essen. Und ja, lasst es euch gut gehen, ne. Ich lasse es mir auf jeden Fall gut gehen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Bier, ich mache jetzt hier endlich Feierabend. Heute war ein anstrengender Arbeitstag, morgen geht es weiter. Ich werde jetzt noch die Beine hochlegen und ein bisschen Let's Plays gucken, ne. Ich mache das ja auch. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederschauen und Reingehauen. Cheerio! Und das Handtuch nicht vergessen.